das war gar voll unnötig Na was gibt man kleine Schnittchen Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Strike Ähm Ich wohne Ähm Also folgendes ist passiert Ich habe aufgenommen Ratet mal ich hab's gemacht Deswegen werde ich jetzt eine kleine Zusammenfassung machen was ich so in zusammen gemacht habe Also Ich habe erklärt wie das alles hier aussehen wird Also ich habe das hier mitgenommen mit Grasböcken hier gemacht und das hier alles so eine Grenze gezogen Und dann habe ich noch Knochenmehl genommen und Gras genommen Ja Um sie zu bekommen Und dann habe ich da noch eine Höhle entdeckt Da habe ich Eisen abgefarmt Oh Leute Das ist ein bisschen am Längen Ähm Auf jeden Fall Jetzt geht's mal wieder So ähm Was habe ich noch gemacht? Was habe ich noch gemacht? Ich glaube dann noch meine Lagerhalle habe ich auch noch ein bisschen weiter gemacht Also ein bisschen verschönert nochmal Auf jeden Fall nicht viel gerade Deswegen ist es ja auch nicht so schlimm Ne Also damit fangen wir auch direkt wieder an Mit Äh Minecraft Strike Und ja Mehr gibt es nicht zu sagen Hahaha Ganz witzig Ähh 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 Und noch ein Schwert So Ähh Ähh Okay Und was ich noch mache Ähh 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 Was ich noch da machen wollte Ja die Höhle erforschen Oh nee Komm das machen wir irgendwann so später Aber wir können Kabelstern abfarmen Warte Ich muss erstmal hoch Ich muss da erstmal hoch Um abzufarmen Ne das kann ich nicht farmen Töchstens das hier Also hier war ich ja schon drin Und habe nämlich nur Ähh Ähh Eisen abgefarmt So sehe ich dann Die Folge war auch außerdem richtig kacke Weil meine Audio nicht richtig war Ich hatte internes Mikrofon Also das bedeutet Mein Laptop-Mikrofon Oh Gott Die Aufnahme war eben einmal die ich da gefilmt habe Deswegen Level 10 Hahaha Level 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 Mein Headset ist hier irgendwie so schrott Weiß ja auch nicht was damit los ist Mein Mikrofon ist irgendwie so abgefallen Wie das passieren konnte weiß ich auch nicht Deswegen habe ich das hier so mit Tesafilm geklebt Haar Mit Tesafilm Jura What the fuck say Ding 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 Ich habe kam Ich habe hier Ich rufe mal eine Hacke oder nicht Hö 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 Hey Wie kann ich jetzt eine Hacke machen Hey wie ging das mal das geht auch nicht mit stein, mich dummi ich habe es doch ich dummi, alter oh, da guck's doch meine Fresse, ey weil wir brauchen jetzt Brot deswegen... ich hab hier Weizen an wir brauchen Fressen So. 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 So wieso? . Du wirst, du wirst, du wirst effekjemuller zentlen Englisch, das soll ich jetzt nicht so gesehen. Jetzt muss ich sagen die Mauer. Stein und was vielleicht auch noch kommen wird ist Dragnest Day mal gucken ich weiß es noch nicht ob es fehlt ich finde es nicht ich habe kein Essen mehr aber ich habe noch einen und das ist ja noch nicht ich weiß sie wollen nicht wachsen das hat immer halb Ewigkeiten Wappert war in den damit haben wir eigentlich schon die Mauer erreicht was ich schon mal reichen wollte ha ha hier kommt ein der Eingang ja perfekt findet eh kein Mensch hoffentlich so und so kommt hier so 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 was denkt das ist alles mit Kabel zu tun doch so ich kann nicht verschieben 1 Leider jetzt auch für uns zu arbeiten machen wir das erstmal hier so ich hab kein ich hab keine Stop-Tour gemacht Stop-Tour im Fall Stop-Tour habe ich nicht vergessen Oh, oh. Ja, nice. Ist fertig. Aua. So. So, it's not more chic here, I see it. It shouldn't, it shouldn't chic here. Pretty nice. When I own people here. Hier könnte ich mein, nee, doch nicht. Nee, nee, lass mal. Lass mal stecken. Mach ich das so. Okay. Ja, nein, ich. Ja, nein, ich. Na. Und das haben wir gut zum meisten. Okay. Das ist das. Das sieht doch schön aus. Schreibt's in die Kommentare, ob es euch gefällt. Und nicht dann, äh. Und nicht dann, äh... Das schreckt mir etwas vor, was es noch bauen könnte. Und nicht dann, äh... Wie lange nehme ich auf? Neun Minuten, okay. Oh, da wollte ich gar nicht, äh... Äh... Scheiße. Ich hab mich nicht verschissen, was will ich denn hier sein? Ich möchte die Wolle haben. Wolle, 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 Wolle. Wolle. Ehh... Woo, lul! Ich find keine Wolle mehr. Oh ja. Ich höre aber noch Wolle. Was ist mein Trauze? Ah, das ist mein Trauze. Alter. Scheiße. Mein Trauze ist weg. 4 1 5 5 5 4 an es gibt nicht so viel zu erzählen von daher was kann ich jetzt endlich mit Steinbällen machen muss kraften was cooles Schleimwein vielleicht den Karten ein schönes Knäckchen ich bin ich spiele ich überhaupt auf normal oder so, weil ich hab nix gesehen Statistiken Option ja, Schwierigkeit drauf auf normal ich hab auch gar nix entdeckt an Zambi sind so aber was wir machen können ist hohen nein nein Wo machen wir 16? Ich weiß nicht, ich habe mir nicht ausrechnet, Holz. Ah, war nice. Okay. Wo können wir uns jetzt unsere Toren am besten packen? Ah, die Kohle, lass ich jetzt einfach da. Scheiß mal auf die Kohle jetzt. Kack auf die Kohle. Denn wir brauchen die Kohle nämlich. Weißt du warum? Weil die Kohle einfach nur ungebringt. Deswegen sag ich dir, du bist deaf. Das sieht so schön aus. Voll häslig. Ach egal, ey. Das sieht so schön aus. Das soll ja nur ein Lagerhaus werden, ey. Weil mein Haus kommt ja irgendwo da drüber. Das ist ja nur mein Lagerhäuschen. Ganz hübsch, ganz hübsch aus. Na toll, ich weiß nicht, was ich machen kann. Und mein Hunger. Ich wollte sterben. Ah, und wenn natürlich. Ah. Ich bin für die Nase gepackt. Ich bin für die Nase gepackt. die Nieder 15 Boah, Junge, ich dachte, ich hab die Aufnahme jetzt nicht mehr. Das hätte mir jetzt auch mal gefehlt. Ah, was für ein... Kann ja wohl färben. Das war gar voll unnötig. Ich krieg Hunger. Ich krieg ja aus den Bäumen irgendwas raus, aber wahrscheinlich eh nicht. Einfach auf den Bäumchen hinlöpfen. Oh. Und und heute kommt vielleicht auch noch eine Runde Dragon Escape aber ich weiß es nicht was ich auch vielleicht Happy Wheels die versprechen immer so vieler war noch am Feuer haben zuletzt heißt es ist der Eckermann dann fällt sie nicht aus du hast du mir Äpfel die gibt mir keine Äpfel oh was ist denn das jetzt ich brauch Äpfel wird das Sagen jetzt D Oh. 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 Oh ja. Sieben Stück. Sieben. Sieben Stück. Aber das ist ja komplett. Dann kommt hier noch eine Reihe und dann Teppich. Teppich können wir jetzt eigentlich schon machen. Teppich. Teppich. Ich bin ein Teppich. Ich bin ein kleiner Schild. Die Teppich. Man muss sich da noch ein Schild beschreiben. Das ist doch nicht so. wiederholz keine Euro und wir haben gerade 20 Uhr und ich hätte sie kraften da ich hab sie schon und Kassen Fortschritte nebenan nicht Mieser ich bin von den Böhm verarscht ich weiß nicht ich kann doch zu sterben nur wegen Hunger muss man so überlegen nur wegen Hunger hab ich nicht gesagt ich brauche nur ein bisschen Holz Naja Naja ich wollte nämlich Schilder um Lagerraum Lagerraum die Scheiße aus Lagerraum 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 tun wir jetzt erstmal jeden Schädel hier rein einfach alles am besten Okay, ähm, Leute, das war so schon für diese heutige Folge, ähm, Minecraft Strike, dann schaltet ich wieder, wenn ich weiß. Let's play Minecraft Strike mit Patrick, ciao.